Servus Leute, heute geht es um Last of Us 2, warum man dieses Spiel nicht verpassen sollte. In diesem Video zeige ich euch, was an diesem Spiel so besonders ist, was man dort alles erleben kann, denn das Spiel wird wirklich etwas sehr Besonderes werden. Bleibt auf jeden Fall dran, es lohnt sich. Mittlerweile dauert es nicht mehr lange. Last of Us 2 kommt am 19. Juni raus, wurde ja mehrmals verschoben. Über die lange Zeit sind sehr viele Infos über das Spiel rausgekommen und ich habe für euch in diesem Video mal alles zusammengefasst, dass wir zusammen wissen, was uns in Teil 2 erwartet und das wird auf jeden Fall richtig krass. In den letzten zwei Tagen habe ich sehr viel über das Spiel recherchiert und ich muss ehrlich sagen, ich bin echt beeindruckt und fasziniert, was die Entwickler mit diesem Spiel geschaffen haben. Es wird ein Blockbuster, ein richtig fettes Game. Es gibt schon so viel Gameplay über das Spiel, das eben zeigt, was uns eben erwartet. Sehr viel Infos haben die Entwickler preisgegeben in Interviews. Das Spiel wird packend und intensiv. Das sind, glaube ich, die besten zwei Wörter, mit denen man es beschreiben kann. Außerdem wird es 50% größer sein als der erste Teil. Das bedeutet im Endeffekt plus 23 Stunden Spielzeit, wenn man dafür ausgeht, dass man eben im ersten Teil 15 Stunden benötigt hat. Fangen wir mit einem kleinen Storyteil an, wann und wo The Last of Us 2 spielt. Das ist ganz interessant. Im ersten Teil war ja Ellie 14, im zweiten Teil wird sie 19 sein. Also sind fünf Jahre zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil vergangen. Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Zeit. Im ersten Teil haben wir ja auch Joel gespielt, den männlichen Hauptcharakter. Im zweiten Teil wird es sein, dass wir in die Rolle von Ellie schlüpfen werden. Und das wird etwas ganz Besonderes, ein besonderes Erlebnis, denn die Entwickler haben sich da was sehr Cooles ausgedacht. Später dazu mehr. Aktuell ist es so, dass wir im zweiten Teil in der Siedlung Wyoming von Tommy im Endeffekt leben. Im ersten Teil haben wir dafür ja auch gesorgt, dass diese Siedlung Strom bekommt und so weiter. Und aktuell sieht es so aus, dass sich die zwei auseinandergelegt haben, Joel und Ellie. Jeder geht gerade so seinen eigenen Weg. Scheinbar liegt es auch daran, dass Ellie ein sehr schwieriger Teenager ist. In der Siedlung hat Ellie neue Freunde kennengelernt, wie zum Beispiel Dina. So wie es aussieht, läuft auch zwischen denen etwas. Die machen sehr viel zusammen. Im Release-Trailer hat man gesehen, dass Dina irgendetwas zustößt und Ellie danach nicht mehr dieselbe ist. An dieser Stelle möchte ich auch aufhören, denn sonst kommen wir zu einem großen Spoiler. Ich kann euch aber sagen, wir erleben eine sehr packende Story mit immer wieder neuen Charakteren, die wir auf unserer Reise treffen werden. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gezockt haben solltet, ab dem 3. Juni um 19 Uhr wird bei mir der Livestream vom Last of Us 1 losgehen. Wir werden bis zum Release den ersten Teil durchzocken, dass man eben alles von der Story weiß. Wer das nicht verpassen möchte, kann gerne ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Mir macht es denn anscheinend, dass wir sehr oft im zweiten Teil den Partner wechseln werden. Schon im ersten Teil gab es ja immer wieder neue Charaktere, die im Laufe der Story dazu gestoßen sind und auch wieder gegangen sind. Das war schon sehr cool gemacht, wird aber scheinbar vom zweiten Teil massiv getoppt werden, denn die Charaktere sollen sich authentischer anfühlen. Das zieht natürlich einen mehr in Bann und man möchte mehr über die Charaktere wissen. Der Suchtfaktor in diesem Game wird wahrscheinlich sehr, sehr hoch sein. Es wird sehr viel in diesem Spiel passieren, perfekt inszeniert und dadurch natürlich auch sehr packend, was mich persönlich sehr freut, denn es gibt nichts Geileres wie eine packende Story, in der man sich im Endeffekt verliert oder eben nicht mehr wegkommt. Dafür sorgt natürlich auch die Spielwelt. Sie sieht einmalig aus, ist super hübsch und sehr detailreich. Da steckt viel Liebe drin und ich finde, das sieht man auch. Die Entwickler haben geschaut, dass sich die Spielwelt echt anfühlt und meiner Meinung nach sieht man das auch. Die Details machen sie einfach lebendig. Auch die Grafikpracht ist beeindruckend, was da die PS4 Pro und die PS4 leistet. Es ist einfach eine wunderschöne, abwechslungsreiche Welt. Man wird verschiedene Jahreszeiten durchleben, wie man es schon im ersten Teil kennt. So wie es aussieht, fängt man im Schnee an, sieht wunderschön aus. Es geht dann in dichte Wälder und große Städte. Die Gebiete sind auch viel größer als im ersten Teil und laden natürlich dann auch zum Erkunden ein. Überall wird es was zu entdecken geben und wer nicht aufpasst, wird sogar besondere Story-Momente, Cutscenes verpassen können. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Also verweilt ein wenig in den Gebieten und genießt die wunderschöne, brutale Spielwelt. Denn das Gameplay wird nichts für schwache Gemüter sein. Durch das neue Nahkampfsystem werden Tötungen intensiver und brutaler werden. Bei manchen Szenen dreht sich einmal selbst der Magen um oder die Eingeweide, denn man kann im Endeffekt den Schmerz selber spüren. Bei manchen Szenen ist es so brutal, dass man sie gar nicht fassen kann. Ja, dem Menschen passiert in diesem Spiel teilweise so Schlimmes, dass man selber wüten wird und den Gegner einfach nur töten möchte. Das ist echt brutal, aber dadurch ist das Spiel packender und intensiver. Wir kämpfen ums nackte Überleben, denn alles was uns zieht, macht auf uns Jagd. Die Spielwelt hilft uns natürlich dabei, nicht entdeckt zu werden. Wir können fast überall uns verstecken, in Deckung gehen. Das Gras finde ich eine sehr coole Sache. Dort können die Gegner uns nicht sehen. Wir können unter Autos kriechen und eben den Gegner überraschen. Wir können auch so natürlich über den Boden kriechen und noch vieles mehr. Das Spiel ist viel stealthiger aufgebaut, wenn man es so sagen kann, als der erste Teil. Einfach reinrennen und alles niederschießen wird sehr schwer. Das liegt einmal daran, dass die KI viel klüger ist als beim ersten Teil und dass es allgemein sehr wenig Munition im Spiel gibt. Das Spiel zwingt uns dazu, in Nahkampf zu gehen, mit den Nahkampfwaffen die Gegner auszuschalten. Dadurch wird das Gameplay natürlich viel packender, dramatischer. Man muss im Endeffekt vorsichtig vorgehen, die Gegner ablenken und nach und nach ausschalten. Es ist auch möglich, durch bestimmte Gebiete komplett unsichtbar durchzukommen. Dann wird man mit Sicherheit aber ein paar Sachen verpassen, gerade in den Häusern, wenn die Gegner was gebunkert haben. Wird man mal entdeckt, stürmen wir im Endeffekt alle Gegner auf einen zu. Das wird ein brutaler Kampf. Sie kommen von überall her, gerade wenn ihr im großen Gebiet drin seid. Und da stehen dann irgendwie 15 Gegner rum, werden alle kommen und uns im Endeffekt jagen. Da ist es teilweise auch klug, einfach wegzurennen und wieder aus dem Hinterhalt anzugreifen. Das Besondere aber, die Gegner werden immer nach uns Ausschau halten und suchen und können uns auch in die Ecke treiben. Und genau diese Situationen, diese Kämpfe werden eben sehr brutal werden. Man kämpft ums Nackte über Leben und das sieht man auch wirklich sehr schön in dieser Szene. Und ich werde sie mal ganz kurz abspielen lassen. Ich werde sie mal ganz kurz abspielen lassen. Nein, ich werde sie mal ganz kurz abspielen lassen. Neuem Spiel reingekommen ist auch das Ausweichen mit einem Konter, mit dem man eben die Gegner aufs Grausamste ausschalten kann. Das Spiel wird verlangsamt, teilweise startet dann auch ein Quicktime-Event, wo man dann im richtigen Moment drücken muss. Und man sieht dann eben sehr genau, wie brutal der Gegner getötet wird. Das ist auf jeden Fall nichts für schwache Gemüter. Ich finde es teilweise auch ein bisschen eklig, aber auch irgendwie geil. Denn wenn man eben diesen Kampf gewinnt, fühlt man irgendwie so eine Erleichterung. Und man kann einfach nicht oft genug sagen, wie das Spiel eben ist. Es ist verdammt intensiv. Neue Gegner wird es natürlich auch geben. Viele haben die Entwickler darüber nicht verraten. Es wird neue Infizierte geben, die mit der Zeit durch den Pilz mutiert sind. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Einen hat man auch schon gesehen. Ist relativ dick. Und ja, in der Nähe explodiert er und verteilt tödlichen Nebel oder Sporen. Die sind sehr dicht. Wir können dort nicht durchsehen. Und das macht es natürlich schwer, Gegner zu sehen, die durch diesen Nebel schnell auf uns zurennen und uns eben ausschalten möchten. Macht das Ganze packender. Es gibt auch eine neue Menschengruppe. Das ist so eine paramilitärische Einheit. Die geht sehr brutal vor und hat im Endeffekt Angst vor neuen Menschen und tötet alle, die sie im Endeffekt sehen. Ebenfalls neu sind die Hunde. Die können uns riechen und machen das Gameplay auch dramatischer. Denn wenn uns die Hunde gewittert haben, werden sie unsere Fährte aufnehmen und suchen uns und bringen natürlich das Herrchen an unsere Position. Im Endeffekt haben wir eine Duftspur, die wir eben hinterlassen. Die können wir auch im Instinkt-Modus sehen. Die wird weiß hervorgehoben, wie natürlich auch die Gegner. Das erleichtert natürlich das Ganze, um den Hund ja im Endeffekt in irgendeinem Eck sicher und unerkannt auszuschalten. Etwas Besonderes sind auch die Nebendialoge. Wenn zum Beispiel der getötete Hund oder eine Leiche gefunden wird, trauen die anderen Gegner um ihn oder werden wütend. Man wird im Spiel sehr viele Mini-Dialoge belauschen können und die Gegner reden sich mit dem Namen an. Das alles sorgt dafür, dass die Spielwelt eben sehr echt wirkt und darauf haben die Entwickler auch sehr viel Wert gelegt. Das merkt man auch im Atem- und Herzschlag von Ellie. Wenn man zum Beispiel rennt oder unter Stress ist, verändert sich dieser und der sorgt dafür, dass das Spielgefühl intensiver ist. Nicht nur wir haben dieses Feature, sondern auch die Gegner und ihre Angst vor uns ist spürbar. Mit dem umfangreichen Waffenarsenal sorgen wir natürlich dafür, dass das auch so bleibt. Das Menü ist soweit gleich geblieben. Man hat immer noch das alte Steuerkreuz, was aber wirklich sehr gut funktioniert hat, meiner Meinung nach. Und wenn man natürlich den ersten Teil gespielt hat, fühlt man sich direkt wohl und kann ins Abenteuer starten. Man kann auch wieder verschiedene Sachen herstellen, die Waffen upgraden. Auch hier steckt wieder sehr viel Liebe im Detail. Gefällt mir persönlich sehr gut. Jedes Upgrade von den Waffen wird einzeln angebracht und animiert. Das sieht man einfach sehr schön hier in dieser Videoszene. Ich lasse sie auch mal ganz kurz ablaufen. Fähigkeiten gibt es natürlich auch. Wir können Ellie mit der Zeit verbessern. Zum Beispiel durch das Lesen von Zeitschriften schalten wir eben welche frei. Und wenn wir dann eben noch genügend Pillen haben, können wir diese auch skillen. Aber Achtung, es wird nicht genügend Ressourcen in der Spielwelt geben, um alles zu skillen und auch die ganzen Waffen upgraden zu können. Man muss damit bedacht vorgehen. Es kann nichts mehr rückgängig gemacht werden. Einmal geskillt ist das Ganze durch. Kann man schlecht, kann man positiv finden. Ich finde es eigentlich positiv, denn man muss sich mit diesem System auseinandersetzen. Welche Sachen braucht man im Endeffekt und die skillt man. Und so kann man den Charakter Ellie im Endeffekt auf sich perfekt abstimmen, optimieren. Finde ich schon eine sehr coole Sache. Das war es soweit von den ganzen Infos. Wir können auf jeden Fall Großartiges erwarten. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr zu diesem Spiel haltet. Wird mich interessieren. Ich freue mich mega drauf. Bin gehypt. Wer es noch nicht vorbestellt hat, kann es gerne unten über den Amazon Link tun. Ihr unterstützt natürlich dadurch auch meine Arbeit. Wer nichts zu Last of Us 2 verpassen möchte, kann gerne ein Abo dalassen. Auch heute Abend um 22 Uhr schauen wir uns neues Gameplay live an. Seid natürlich herzlich dazu eingeladen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.